Genau, ich starte direkt. Mein Name ist Alina Friedrichs, wie gesagt. Wir beschäftigen uns bei gut mit dem Thema, wie können Unternehmen Benefits, das ganze Thema Mitarbeitenden, Motivation und das ganze Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit im Alltag verbinden, um damit Mitarbeiter nachhaltig zu motivieren und eben auch an das Unternehmen zu binden und langfristig zu halten. Alexandra hat gerade schon gesagt, wir zahlen damit in die Gemeinwohlmatrix ein und zwar auf das Feld C3, relativ direkt hier, Förderung des ökologischen Verhaltens der Mitarbeitenden und ihr seht gleich nicht nur die Goodcard, aber auch andere Beispiele, die ich hier vorgebreitet habe und euch gerne ein bisschen vorstellen möchte. Genau, erstmal als Einordnung. Wir sehen und das ist vielleicht auch was, was ihr in eurem Alltag spürt, zu spüren bekommt, dass immer mehr Bewerberinnen und Mitarbeitende ihre Jobwahl ausrichten nach dem, wie das Unternehmen aufgestellt ist, welche Nachhaltigkeitsbemühungen gemacht werden, was auch tatsächlich umgesetzt wird und es gibt eben über 70 Prozent der Mitarbeitenden, die sagen, das ist ein Hauptgrund, warum ich mich irgendwo bewerbe und das ist ein wichtiger Grund und dass wir auch sehen, dass Unternehmen treuere Mitarbeitende haben, wenn sie ihr Handeln eben auf soziale und ökologische Themen ausrichten. Wir wissen natürlich auch, dass eine ganze Menge Unternehmen schon ganz viel tun im Bereich Nachhaltigkeit. Strategien haben, Ziele setzen, das in den Werten verankert haben, über 80 Prozent geben an, dass das ein wichtiges Thema für sie ist, dass sie da viel umsetzen. Aber das Problem ist, dass nur ganz wenige Mitarbeitende davon mitbekommen und das Gefühl haben, dass ihre Unternehmen eigentlich noch nicht genug tut im Bereich Umweltschutz. Und das ist genau der große Gap, dieses Thema Spürbarkeit, denn ganz häufig finden wir das Thema Nachhaltigkeit in ganz tollen Hochglanz-Nachhaltigkeitsberichten auf der Webseite in den Strategiepapieren. Aber es kommt eben ganz häufig nicht spürbar bei den Mitarbeitenden an. Das sieht man hier beispielsweise auch an Konuno-Bewertungen hier zum Thema Umwelt- und Sozialbewusstsein, dass ganz viel kommuniziert wird, aber nicht gelebt wird, dass es eine Diskrepanz gibt zwischen der Außenwirkung und der Realität und dass auch eben Maßnahmen wie zum Beispiel Dienstwegen auf der einen Seite und Verschwendung von Büromaterial, aber auf der anderen Seite dann irgendwelche tolle öffentliche Projekte stehen und das eben nicht zusammengeht. Also das ist etwas, was Mitarbeitende spüren und wo tatsächlich das Thema Konsequenz und auch ein komplett durchdachtes Konzept für das Unternehmen eine große Rolle spielen. Und wir hier in diesem Webinar und auch bei Good möchten einmal darauf eingehen, wie das Thema Benefits zum einen eben zu dieser Diskrepanz auch beiträgt, also was man da an Themenbereichen hat, die man da sich angucken kann, um auch da konsequent zu handeln im Bereich Nachhaltigkeit und dann eben konkret auch einmal eingehen auf das Beispiel GoodCut als eine Option. Genau, ich habe es gerade schon einmal eingeordnet. Damit zahlen wir auf den C3-Bereichen der Gemeinwohlmatrix ein und nochmal so als Einordnung. Wir sehen es bei ganz plakativen Themen im Bereich Benefits. Welches Unternehmen positioniert sich nachhaltiger? Das Unternehmen, was sich für das Thema Fahrradleasing entscheidet oder das Thema Dienstwagen, also das Ursprüngliche irgendwie aus dem Bereich Benefits. Wer bekommt den Dienstwagen? Versus heute werden ganz häufig eben eher als alternative Fahrradleasing angeboten. Und das ist eben ein Beispiel dafür, wie man ganz sichtbar für Mitarbeitende, ganz spürbar sich als Unternehmen positionieren kann. Generell, das Thema Mobilität ist natürlich eins im Bereich Benefits, was gerade ganz hoch auch im Kurs steht. Was unterstützt man? Eben, wie gesagt, den Dienstwagen oder vielleicht auch das Deutschland-Ticket. Wir haben es ganz groß im Bereich Verpflegung bei den Unternehmen, die Kantinen haben oder auch Essensmarken rausgeben. Welche Art der, also insbesondere bei Kantinen, welche Art der Verpflegung subventioniert man? Welche Art, was bietet man an? Ist es die Currywurst oder ist es eben auch das vegane oder vegetarische Essen? Das ist tatsächlich ein Faktor, das Thema, gerade wenn es Kantinen gibt, ist es ein Faktor, der ganz enorm auf die CO2-Bilanz des Unternehmens einzahlen kann und der einen wahnsinnig großen Effekt hat und den auch immer ganz häufig hören, auch wenn wir mit Nachhaltigkeitsberatungen sprechen, dass das wohl ein, also das ist ein Riesenhebel ist. Dann natürlich haben wir den Bereich, was macht man gemeinsam mit den Mitarbeitenden? Also was bietet man als Aktionen an, als gemeinsame Aktionen? Oder auch in ganz vielen Unternehmen haben wir ja mehr und mehr auch die Option, dass Unternehmen freigestellt werden, bestimmte Arbeitszeiten, um dann eben sozialen oder ökologischen Projekten nachzugehen. Weil tatsächlich ein Benefit, was sehr, sehr gut bei Mitarbeitenden ankommt und was immer weiter verbreitet ist. Genau, was natürlich auch ein großer Bereich im Benefit-Bereich ist, ist das Thema Vorsorge, insbesondere Altersvorsorge, wo es mittlerweile auch mehr und mehr Anbieter gibt, die sich da im Nachhaltigkeitsbereich ansiedeln und die das Geld eben auch in nachhaltige Fonds anlegen. Ein Bereich, wo man auch sehr einfach, wenn man eben das Thema vielleicht auch noch nicht angegangen hat, sich für einen Anbieter entscheiden kann, der da eben nach den eigenen Werten auch wirtschaftet beziehungsweise das Geld investiert. Genau, wir bewegen uns im Bereich Alltag. Ich hatte vorhin schon, wie gesagt, dem Gemeinwohmatrix gezeigt, wie kann man den nachhaltigen Alltag der Mitarbeitenden, das nachhaltige Verhalten im Alltag stärken. Und wir bei GoodCard haben hier zwei sehr einfache Produkte entwickelt in den letzten Jahren, die ich euch gerne einfach mal vorstellen möchte. Das eine ist die GoodCard, die ich gerade schon mehrfach erwähnt habe. Die GoodCard ist eine Karte, eine Mastercard, hier links im Bild zu sehen, die monatlich von Unternehmen aufgeladen wird mit Guthaben und die dann bei ganz vielen nachhaltigen Optionen in der eigenen Region, hier ist jetzt ein Screenshot-Beispiel Berlin, aber das geht in ganz Deutschland, eingelöst werden kann. Das Ganze funktioniert über den 50-Euro-Sachbezug. Das heißt, die Karte wird jeden Monat mit einem Steuerfreibetrag. Diese 50 Euro werden vom Staat als Option zur Verfügung gestellt, Steuer- und Sozialabgaben frei aufgeladen. Das Geld summiert sich dann auf. Das heißt, man kann sowohl wochentlich seinen Einkauf davon bezahlen, kann aber auch das Geld ansparen und sich irgendwann ein Fahrrad davon kaufen. Und weil ich es gerade schon angesprochen habe, wir versuchen hier alle Lebensbereiche abzubilden. Das heißt, alle Mitarbeitenden abzuholen, eine große Bandbreite zu schaffen. Das sind mittlerweile über 10.000 Orte deutschlandweit. Vom Bio-Supermarkt über das Thema Secondhand, Kunst und Kultur ist auch mit dabei. Also nicht nur ökologische Kriterien, sondern auch kulturelle und soziale Kriterien. Auch das Thema Mobilität haben wir abgebildet mit der GoodCard, mit dem ÖPNV und Shared Mobility Option. Vereinzelnd auch Sportangebote, also Yoga-Studios oder Kletterhallen, die Nachhaltigkeitskonzepte haben, Restaurants, Fahrradläden. Also es ist eine ganz, ganz große Bandbreite, um Mitarbeitenden zu zeigen. Es gibt wahnsinnig viele gute Orte da draußen, die man einfach mal ausprobieren kann, die man entdecken kann und dort eben dann unterstützt von der Arbeitgeberin dort bezahlen kann. Die Kriterien auf der Karte sind tatsächlich nicht, also die Kriterien hinter den Orten sind tatsächlich nicht von uns, sondern wir arbeiten da gemeinsam mit Future zusammen. Future ist eine Genossenschaft aus München, bei denen ich auch seit Jahren schon ehrenamtlich mit aktiv bin, die eine nachhaltige Map gebaut haben an Orten, wo man eben Bio kaufen kann, Sachen reparieren kann und Alternativen bieten zum sonstigen Konsum. Und dahinter liegen über 30 Kriterien, sowohl ökologisch, sozial, aber eben auch das Thema Unternehmensstruktur. Wo fließen die Gewinne hin? Wer steht hinter dem Unternehmen? Und auch externe Prüfungen werden mit einbezogen. Da ist dahinter ein Expertenrat. Wir überprüfen das regelmäßig gemeinsam, wir gehen da ganz viel auch in die Diskussion und erweitern die Map um weitere Orte tatsächlich monatlich. Uns ist ganz wichtig, nämlich, dass die Map nicht einfach nur eine weitere Karte im Geldbeutel ist, sondern dass wir damit inspirieren zum einen, also dass man Orte entdecken kann. Wir stellen auch Wissen zur Verfügung zu dem ganzen Thema Nachhaltigkeit im Alltag. Was ist eigentlich nachhaltiger Konsum, was ja an sich schon ein Widerspruch an sich ist, aber auch zu den Themen, was ist der Unterschied zwischen Regional und Bio und all diese Themen, wo, glaube ich, viele Fragezeichen noch sind bei vielen Menschen im Alltag und möchten mit den Mitarbeitenden auch interagieren und die Map immer stetig erweitern. Also allein im letzten Monat kamen knapp 200 Orte neu dazu, allein durch Vorschläge von NutzerInnen, wo vielleicht noch ein Hofladen in der Region ist, den wir noch gar nicht auf dem Schirm hatten oder ein Fahrradladen neu eröffnet hat. Genau, also so gestalten mitarbeitendes Angebot auch aktiv mit und werden von uns damit einbezogen. Ich habe mal einen Case einfach mitgebracht von einem Kunden von uns, von Weitel, den vielleicht einige von euch kennen, die mit uns gestartet sind mit der Herausforderung, sie möchten gerne Benefits einführen, die einmal zu ihren Werten passen. Weitel macht die Boxen, die man ganz häufig in Cafés und Restaurants bekommt, zum Mitnehmen. Ein Benefit, der für alle funktionieren soll. Dadurch, dass Weitel irgendwie ganz viel remote arbeitet, soll es irgendwie für alle Regionen funktionieren und gleichzeitig natürlich irgendwie das Nachhaltigkeit als zentrales Kriterium. Die Mitarbeitenden wollen keine Karte, mit der sie tanken können oder mit der sie zum Discounter gehen, sondern eine, die ihren Werten entspricht. Genau, und jetzt arbeiten wir seit circa eineinhalb Jahren zusammen und haben die Goodcard für die Mitarbeitenden eingeführt. Genau, neben der Goodcard, so dass wir tatsächlich den Alltag, für die monatliche Beladung, haben wir seit eineinhalb Jahren noch den Gutschein mit dabei. Der Gutschein ist quasi die gute Alternative zum Amazon-Gutschein, kann quasi zu besonderen Anlässen rausgegeben werden oder das ist aktuell das, wie es am meisten passiert, zu Jubiläen, zu Geburtstagen und ist ein Universalgutschein, der bei über 30 nachhaltigen Online-Shops eingelöst werden kann und auch bei einigen Spendenoptionen. Das heißt, man kann sich entweder so einen Bio-Wein davon bestellen oder man kann seine Fair-Fashion-Radklamotten oder aber auch den Gutscheinwert an die Tafel oder andere bei uns spenden. Genau, zusammengefasst zahlt man mit dem ganzen Thema Benefits zum einen, also mit der Goodcard und dem Gutschein zum einen, auf das ganze Thema natürlich Employer Branding und Identifikation mit dem Unternehmen ein. Das ist eine Nachhaltigkeitsmaßnahme, die spürbar ankommt, die jeder Mitarbeiter mit in den Alltag trägt. Zum anderen zahlen wir damit auf das ganze Thema nachhaltige Städte und verantwortungsvollen Konsum ein. Das ist das, warum wir das Ganze gestartet haben. Wir möchten die kleinen Läden stärken und Menschen dafür begeistern, auch mal was anderes ausprobieren im Alltag und nehmen durch dieses ganze Thema Sachbezug die Steuerersparnis mit, die dabei ArbeitgeberInnen und auch die Mitarbeitenden eben haben. Und dabei haben wir die Goodcard so konzipiert, dass sie in der Verwaltung und im Handling super einfach ist. Also einfach einzuführen und dann eben auch keine großen Ressourcen im Unternehmen bindet. Das ist tatsächlich so, dass wir von, also wir haben jetzt über 150 Unternehmen für das Thema Goodcard und auch Gutschein gewinnen können. Und das ist von der Fahrradwerkstatt mit ein, zwei Mitarbeitenden bis hin zum Finanzunternehmen, was irgendwie knapp 1.000 Leute hat, ist da alle Unternehmensgrößen dabei und ist für jeden auch wirklich was dabei. Genau. Vielleicht noch kurz so, wie kann man mit uns gut in Kontakt bleiben? Natürlich, wenn das Interesse besteht an der Goodcard oder dem Gutschein, freue ich mich total, mit euch ins Gespräch zu kommen. Wir haben auch ein paar Kanäle, über die ihr uns folgen könnt, wenn ihr sagt, das ist vielleicht für die Zukunft auch spannend für uns und auch mehr Wissen zum Bereich nachhaltige Benefits, Nachhaltigkeit im Personalmanagement. Zum einen haben wir eine Webinar-Reihe, die jetzt im Januar gestartet ist, wo dieses Jahr noch eine ganze Menge tolle Experten folgen aus dem Bereich Personalmanagement und Nachhaltigkeit. Wir haben ein Newsletter, den man abonnieren kann und natürlich kann man uns auch verlinkt in Folgen. Ich glaube, hier Emma oder Susanne posten das einfach gleich mal in den Chat oder ist es schon passiert. Genau, ansonsten freue ich mich sehr auch über eure Fragen und freue mich natürlich auch, wenn wir gemeinsam die Welt ein bisschen mehr gut machen. Vielen Dank. Vielen Dank.